Tag Nummer 2 in Berlin Tag Nummer 3 in Berlin Tag Nummer 4 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 in Berlin Also Leute, wir sind jetzt hier im MyDreamsOffice an einem ruhigeren Ort und dachten uns, wir machen so eine kleine Challenge, so als Abschluss des Vlogs heute. Und zwar spielen wir eine Runde, wer bin ich in der Technik-Edition. Wird, denke ich, ganz lustig und ich muss mir noch was überlegen. Ja, okay, ich hab was. Ja, okay. Gut, fang du einfach an. Also, kann man mich mitnehmen? Äh, ja. Okay, ähm, bin ich von Apple? Nein. Okay. Okay, ähm, bin ich von Apple? Ja. Okay, äh, kann man mich mitnehmen? Nein. Schatz. Bin ich ein Smartphone? Nein. Funktioniere ich auch ohne Tastatur? Theoretisch ja. Ja. Aber man kann sich nicht bedienen oder? Ja. Okay. Also, schwer zu beschreiben. Du funktionierst auch ohne Tastatur, ja. Okay. Habe ich ein schwarzes Gehäuse? Also komplett schwarz, alles schwarze? Nee, komplett schwarze. Okay, okay, gut. Bin ich ein Rechner? Ja, kann man schon, also es gibt dich auch als Rechner. Was? Ja, es gibt mich als Rechner. So beides halt, auch als Rechner, aber ich würde auch noch was halt sagen. Bin ich ein Tablet? Ja. Ich bin ein Tablet. Ja. Surface? Ja. Ja. Scheiße. Oh, das war gut, das war gut. Dann bin ich dran. Habe ich ein schwarzes Apple-Logo? Ich weiß das nicht. Soll ich nachgucken? Ja, ja, guck mal nach. Guck mal nach. Ich weiß es nicht. Okay, dann rate ich einfach weiter. Ich kann jetzt eh fragen. Ja. Also ein iMac bin ich denn nicht? Nee, du bist kein iMac. Okay. Das ist auch sau-schwer. Echt? Apple TV? Nee. Mac Mini? Nee. Ist das was Altes von Apple? Es hätte mal langsam so ein Update verdient, finde ich. Okay. Na gut, iPod geht ja nicht, weil ich ja nicht mitgenommen kann. Macbook auch nicht. Mac Pro kann es auch nicht sein. Alter. Es ist schon schwer, es ist schon schwer, das muss man sagen. Gib mir mal einen Tipp. Viele benutzen es in Kombination mit einem iMac. Die meisten haben zwei davon. Ah. Ähm. Thunderbolt-Display. Ja, gut. Okay. Ey, aber echt gut, ne? Ich wollte erst ein iMac nehmen oder so, aber ja, gut, das war geil. Okay. Also, ich habe gewonnen. Ich bin der King. Nee, Spaß beiseite. Das war's von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. War ein ganz cooler Tag mit der King. Keynote mit den ganzen Leuten hier im MyDeals Office. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Gene ab. Ähm, hier hatten wir beide verlinkten. MyDeals und dein Kanal. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.